Und ab den Uhr Amacaybu, die 2 zu 1 Führung für Unterhaching nach 20 Minuten. Ab den Uhr Amacaybu, vergangene Woche zwei Torvorlagen, heute erster Saisontreffer. Zillner übernimmt und ab den Uhr Amacaybu bleibt Kuh. Rustikales Einsteigen von Babelsberg-Soma gegen Amacaybu, dann ist es droht der nächste Freistoß. Geschlagen von Zillner und vollendet von Amacaybu. Amacaybu, auch eher eine Verstärkung und Tunjic, 2 zu 0 Haching. Klasse kombiniert. Wieder kommt die Flanke von Amacaybu. Alles gut, alles okay in Haching. Amacaybu mit einer sehr guten ersten Hälfte. Amacaybu, Kunlaukson und Tim Jerath eingewechselt. Amacaybu, das 1 zu 0. Amacaybu, 2 zu 1 Haching. Und den Rest macht Amacaybu richtig gut. Tolle Ballannahme, überlegt, abgeschlossen. Amacaybu, Zillner, Bunic, 3 zu 1 Haching. Leandro mit Traumpass auf Amacaybu. Allein gegen den Keeper, 1 zu 0 für Hunter Haching. Und sehen Sie, Amacaybu, das Spiel sollte er eigentlich machen für den grippekranken Zillner. Aber was macht er? Er ist eben Vollblutstürmer. Perfekt abgeschlossen von Amacaybu. Ab den nur Amacaybu, sein 8. Saisontor. Amacaybu, 3 zu 0. Amatscheidou, 2-0 Haching. Amatscheidou macht das ganz souverän. Amatscheidou wird nicht angegriffen. Amatscheidou, 2-0 Haching. Amatscheidou macht das Tor, aber eigentlich gehört es ab dem nur Amatscheidou. Amatscheidou, der tanzt sie alle aus. Bigalke staubt dann nur noch. Wieder ist es Amatscheidou. Ab dem nur Amatscheidou. Amatscheidou, 5-0. Und Amatscheidou ist der Mann, der jubelt. Mit 1-0 in der neunten Spielminute. Amatscheidou mit dem Oberschenkel. Die entscheidende Richtungsänderung des Balles. Da ist er noch dran. Wieder Amatscheidou. Amatscheidou. Amatscheidou, der hat einen Lauf-Ausgleich. Sein siebtes Tor aus den letzten neun Partien. Die Spieleröffnung ein ums andere Mal. Eine Augenweite. Amatscheidou verfolgt von vier Regensburgern. Amatscheidou. Amatscheidou. Harind Rengst. Das nutzt alles nichts. Tor und Vorlage erneut von Amatscheidou. Harind Rengst dran. Amatscheidou auf dem eingewechselten Abdeck. Amatscheidou. 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 Amatcheidou. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020